Stellt euch die Permafrostböden wie eine gigantische unterirdische Tiefkühltruhe vor. Darin lagern zwar kein Spinat oder Fischstäbchen, aber abgestorbene Pflanzenteile aus uralten Zeiten. Tiefgefroren. Und winzig kleine Lebewesen, Mikroben genannt. Weil's so lause kalt ist da unten, stecken die in einer Art Tiefkühlschlag. Wenn der Permafrost taut, würden sie daraus aufwachen und sich direkt an die Arbeit machen. Sie würden beginnen, die Pflanzenteile zu zersetzen. Dabei würden große Mengen Gas freigesetzt werden. Kohlenstoffdioxid und Methan. Vielleicht habt ihr die Namen dieser Gase schon mal gehört. Dann wisst ihr vielleicht auch, zu viel von ihnen sorgt dafür, dass sich die Erde noch weiter erwärmt. Deshalb also sind die Permafrostböden so wichtig für unser Klima. Solange sie gefroren bleiben, verhindern sie, dass große Mengen Kohlenstoffdioxid und Methan freigesetzt werden und sich die Erde noch weiter erwärmen kann. Das war's für uns.